Also jetzt noch mal ganz kurz, ich habe den Intro vergessen, erstmal vor Weihnachten, im Vlog, da testen wir einen Trüffeldöner, das soll anscheinend der beste Döner in NRW sein, laut Mike Haiter und Luigi, werdet ihr dann sehen. Und wir sind auf der Salitos, Weihnachtsfeier, sehr brutal, so richtig geil, seht ihr alles gleich und ja, viel Spaß euch, ich bin nicht fertig, ciao. Also, wir bekommen hier gerade die Empfehlung von Mike, Haiter, ein Trüffeldöner zu essen. Bin ich gespannt, wir testen für euch den besten Döner Deutschlands. Also für mich persönlich der beste Döner, den ich gegessen habe, muss ich sagen. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Heute im Hotel, ich höre so, 12.30 Uhr, ich mache die Tür auf, der Typ von der Rezeption, voller Liebe, der sagt so, hey, ihr müsst draußen so, bitte versteht das. Ich so, ja, mach dir keinen Kopf, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt. Warst du schon bei meinem Kollegen, Zimmer nebenan? Er so, nee. Ich so, okay, du machst jetzt folgendes, der braucht Druck, der braucht dieses Bam, 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 sonst checkt er das nicht. Du musst richtig aggressiv handeln. Ich wusste ganz genau. Jetzt hört nochmal zu, ich schlafe, ich bin um 36.00 Uhr eingeschlafen. Um 10.00 Uhr rufe ich meinen Bruder an, um 10.30 Uhr ruft der mich an, um 11.00 Uhr ruft der mich an, also ich konnte gar nicht schlafen, gar nicht ruhig. Ich liege so da, das macht so, duf, 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 duf. So richtig eklig, Louis, gell? Ich mache wieder Augen zu, wieder. Duf, 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 duf. Ich mache wieder Augen zu, bro, wieder. Ich so, ich fick seine Mutter jetzt, gell. Duf, duf, duf. Ich so, alle, wenn er noch einmal klopft, ich fick ihn, auch wenn es eine Frau ist, ich fick den jetzt, mir scheißegal, bro, das klopft wieder. Bro, ich reiße Tür, wieso, was? Ich wollte töten in dem Moment. Also getestet für Döner, was, Louis? Eiran, auf jeden Fall. Und Pommes. Und Pommes, aber der Hauptprinzip ist die Soße. Der Hauptprinzip. Ja. Aber die Ambiente ist schon mal top. Beste Dönerladen, den ich in meinem Leben gesehen habe. Das ist alles herzendet, voll geil. Das ist Schaum, Pudding. Dann probieren wir erstmal, das Eiran ist schon legendär. Das Eiran ist schon stark. Was für 10 Eiran? Neun. Ja. Ja, so dreimal one and only, aber mit Trüffelsauce. Also Leute, das hier ist halt der beste Döner-Saube. Geil. Alles muss zu frisch. Wir haben gerade die Diskussion, dass Perry immer so ein Essen lässt. Das nervt langsam. Das geht ab dem nächsten Mal, wenn er nur eine kleine Bezug. Wenn er dann noch mal Hunger, kriegt er mehr. Ich gucke mal, wie es ja kein Problem gibt. Guck mal, da unten. Für mich ist der Döner befriedigend. Zeig die Wertung. All inclusive. 6,8. Für dich. Das ist eine Speisenerhörung, gell? Oh, liebe Blut. Die Soße ist krass. Ohne die Soße, da ist es eine 5, mit der Soße ist es eine 6. Nein, 7. Schmeckt schon geil, kann man schon mal machen. Die Trüffel-Dinger sind echt geil, aber irgendwann kriegt man genug von Trüffeln. Louis, wie viel Flasche gezahlt? Für drei Döner und eine Pommes. Alter. Und drei Eiran. Maik, wo bist du? Hier. Ich dachte, der kommt Top 10, mein Favorites. Das ist schlechtest und Dünner, den ich immer lebe, wie ich gestern habe. Maik. Was hast du? Hier. Was? Die Hose habe ich gefunden. Ich finde die guten. Also der hat seinen Scheiß gekauft. Wir sind gerade essen, jetzt gehen wir in Düsseldorf und dann gehen wir nach Hause. Also wir sind jetzt in Düsseldorf im Medici Hotel und dann gehen wir gleich Salitos. Afterparty. Party, party. Let's go party. Ich mach heute Party, machst du heute Party, Gigi. Ich mach heute Party, machst du heute Party, Gigi. Ich mach heute Party, machst du heute Party. Es gibt ein Problem. Jeder ist so schick eingezogen. Vor uns. Komm, Schwacks. Schwacks, schwacks. Jeder macht so hier. Und guck jetzt unser Style. Steig. Du bist jetzt Foodblogger. Ja, klar, ja, klar. Haben wir ein bisschen Wärme für Salitos? Wir sind bei Salitos, Weihnachtsfeierer. Jetzt haben wir was Deutsche, Knüdel. Probieren wir mal Knüdel. Ich hab Klöse. Klöse. Steig. Steig. Das ist alles gratis. Also Leute, das ist Kalki. Das kostet 306 Euro. Peri, wie schmeckt sie? 1 bis 10? Null. Schmeckt wie ein Twosch oder Kritze, verdammelt, angepisst. Gentlemen. Ich kann euch schon mal vorweg sagen, ich hab kein großartiges Talent, aber ich teile ein sehr gutes Talent mit meinem guten Freund, Andreas Herb. Wir können Alkohol sehr schnell wegzerstören. Hallo liebe Mitmännchen. Danke für die Einladung. Das schönste war, das Essen war gratis. Und ich würd sagen, lass trinken. Hier. GG. Das ist mein sechster Shot. Wie läuft's bis jetzt? Gut. Gut. Schon gut. Gut also. Ja, und dann tag ich noch früh. Hallo meine lieben Damen und Herren, wir sind bei Salitos heute. Wollt ihr was trinken? Wir haben die Portent Mojito in grüne Farbe. Ja Leute, ich lass euch jetzt mal jemanden kennenlernen, der ist wie eine Blume, aber da fehlt noch ein bisschen Wasser. Ich lass euch mal jemanden kennenlernen. Also man sagt, er wäre mein Cousin, aber ich versteh's so nicht so ganz. Hey, Cousins, ich sag dir eine Sache, die Leute verstehen das, soll ich dir sagen wieso? Weil du und ich denselben verrückten Kopf haben, mein Freund. Und wir werden, egal ob ich in Stuttgart bin oder du in Berlin bist, wir werden eine Tour feiern vom allerfeinsten, mein Freund. Im Ehren der MBG, 30 Jahre Jubiläum, sind wir jetzt erstmal ganz schön happy birthday, MBG vielleicht alle wissen wie es geht. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Wir beenden heute den Blog, wir wollen weitermachen. Ja Leute, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen, die nächste Folge kommen, Folgen abonnieren, aber wer zahlt, ich stehe dem Tag, gewünscht mir, Kommentare. Wow, wir leben, wir leben noch, es ist Sonntag und wir fahren jetzt zurück, als erstes holen wir DJ Up, von wo? Ah, wisst ihr's? Genau. Piep, 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 piep. Jedenfalls, ähm, hallo. Hallo. Jedenfalls fahren wir jetzt nach Hause. Waren krasse Zeiten hier, ey, unterwegs. Hallo Freunde, wir sind gerade dabei, Luigi abzuholen. Luigi, kannst du bitte was sagen von wie du dich gerade fühlst? Komm her. Was haben sie zu berichten? Das war's komplett. Leute, macht's gut. Passt auf euch auf. GPS, hat euch lieb. In diesem Sinne. Mua. Mua.